Ein königliches Hallo und hier ist euer Royal Gamer. Ja, was ist hier los? Ich begrüße euch mit Royal Gamer, mein Kanal heißt Royal Gamer, alles ist Royal Gamer mit einer wunderschönen goldenen Krone auf dem Kopf. Ja, ich habe meinen Kanal umbenannt und das hat auch einen speziellen Grund. Der Name Game Let's Play. Wo kommt der überhaupt hin? Den Namen Game Let's Play habe ich mir vor zwei Jahren, zwei Jahre ist das jetzt schon her, vor zwei Jahren habe ich mir den Namen Game Let's Play ausgesucht und ich fand den echt so genial, fand mir die Saphir drin, ich weiß nicht, ich fand den voll sexy. Aber so mit der Zeit habe ich auch schon gemerkt, all da sind die Leute behindert, die verwechseln mich ja mit Gamer Let's Play und alles mögliche. Ja, das gibt sich. Das ist halt so. Nach einer gewissen Zeit wurde das aber immer mehr und es wurde immer schlimmer. Ich komme auf irgendeinen Server und jeder Zweite nennt mich Gamer Let's Play. Da denke ich mir, sind die blind oder können die nicht lesen? Und irgendwann, ich schwöre euch, das geht mir langsam so auf den Sack, muss ich jetzt schon sagen, das geht mir richtig auf die Nerven. Ich werde einfach nirgends mehr Game Let's Play genannt. Nicht nur Gamer, sondern nur noch German oder German Let's Play oder Leute, ich heiße Gamer. Naja, okay, jetzt nicht mehr. Und deshalb habe ich mir gedacht, Leute, jetzt reicht es mir. Ich benenne mich jetzt um. Ich habe jetzt von dem Namen Gamer Let's Play komplett Abschied genommen und nenne mich jetzt ab sofort Royal Gamer. Einfach nur Royal Gamer. Und ja, mein Profilbild ist jetzt auch anders. Es ist wieder die Mauer im Hintergrund mit dem schönen Royal Gamer-Namen davor und die Krone im Hintergrund. Mein Banner hat sich anders als aktuelle Let's Play orientiert. Royal Gamer mit der Krone im Hintergrund. Und Simon von Cry of Fear und die alte Olle da. Ja, Twitter heiße ich jetzt anders. Facebook noch nicht. Hitbox habe ich noch ein paar Probleme. Twitch benutze ich sowieso nicht mehr so. Muss ich aber auch noch. Also ich heiße jetzt überall noch Royal Gamer oder auf den meisten. Es gibt nur noch ein verdammtes Problem, warum ich auch gerade keine Videos produzieren kann. Weil ich meine, wenn ich ein neues Video hochlade, in dem ich noch Gamer Let's Play als Intro habe, dann ist das schon ein bisschen doof. Und ich bin auch schon heftig dabei gewesen, mir ein neues Intro zu machen. Oh, okay, da ist gerade abgeschmiert. Aber Adobe After Effects spinnt bei mir total rum. Es will einfach nicht mehr. Und ich habe solche Probleme, dieses blöde Programm zum Laufen zu kriegen. Ich glaube, ich kriege das einfach nicht mehr hin. Also müsst ihr leider jetzt noch ein bisschen Geduld haben. Ich möchte einfach ein gescheites Intro mit Royal Gamer im Namen haben. Wenn es sogar sein muss, dass ich mein altes Intro wieder benutze, nur mit dem Royal Gamer im Namen. Ja, deshalb rufe ich hier mal auf. Es sollen sich einfach mal... Oder das Problem ist bloß, also After Effects geht bei mir nicht. Ich möchte ein neues Intro haben und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt mir... Ob ich einen Designer suchen soll, der mir halt ein gescheites Intro macht. Aber das ist auch wieder eine unnötige Zeitverschwendung. Ich meine, es gibt tolle Designer da draußen, an die man sich wenden kann. Aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich das jetzt entweder selbst hinkriege. Oder ich hole mir doch einen Designer. Weil es ist langsam echt zum Kotzen. Ja. Ich glaube, das war alles, was ich jetzt noch sagen wollte. Und ja. Vielen Dank fürs Anhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Royal Gamer.